Von wegen schwaches Geschlecht. In fast allen Dingen sind Frauen den Männern voran. Das sagen zumindest die Zahlen. In fast allen relevanten Lebensbereichen haben sie nämlich die Nase vorn. Sie werden deutlich älter als Männer, haben eine höhere Bildung und sind seltener arbeitslos als das sogenannte starke Geschlecht. Längst bekannt ist, dass Frauen älter werden als Männer. Bei generell steigender Lebenserwartung können Frauen, die im Jahr 2015 geboren wurden, damit rechnen, über 83 Jahre alt zu werden. Männer hingegen sterben schon fünf Jahre früher. Wissenschaftler gehen davon aus, dass neben genetischen und hormonellen Faktoren auch das stärkere Gesundheitsbewusstsein der Frauen dafür verantwortlich ist. Die insgesamt 4,4 Millionen Österreicherinnen sind auch gebildeter als die hierzulande lebenden Männer. Deutlich mehr als die Hälfte der Schüler, die 2014 die Matura bestehen, sind weiblich. Ähnlich ist es an den Hochschulen. Unter den 34.300 Uni-Absolventen dieses Jahres sind 56,6 Prozent davon Frauen. Und am Arbeitsmarkt, da schlagen sich die Frauen auch besser als die Männer. Im Februar beträgt die Quote der Erwerbslosen unter den Frauen 8,2 Prozent. Bei den Männern liegt die Quote hingegen bei 11,2 Prozent und damit deutlich über den der Frauen. Von den insgesamt 400.000 Arbeitslosen im Februar sind nur 38 Prozent Frauen.